So, das bringt mich wieder dahin, ich kann gucken. Ah. Stein auf Stein im Süden, das war hier irgendwo. Und das hier habe ich auch noch nicht öffnen können. Äh. Nö. Hier kam ich nicht durch. Konnte ich aber so außen rum gehen. Hier kann ich halt auch nicht hin. Jetzt bin ich wieder in einem anderen Bereich des Dungeons, äh, also von Yggdras hier gelandet. Hm. Was zur Hölle war hier eigentlich? Ja, ja. Ihr könnt mich echt mal mit euren Fliegeviechern. Er ist im Osten jetzt was aufgegangen. Dass ich sowas halt nicht einfach zerstören kann. Äh. Ja. So, jetzt bin ich hier drin. Achso, das war das hier. Äh. Na gut. Oh, ja. Ich habe jetzt einen Giftspuker aktiviert. Ich habe aber immer noch keinen Plan, wie ich den Teleporter aktivieren kann. Hier geht es nur hier durch. Hier komme ich aber nicht hier rein. Hier war nur diese paar Pilze, die ich töten konnte und das bringt mich wieder hier hin. Okay, ich würde sagen, nächste Station geht's, derweil. Mal egal, was ich hier drück. Das bringt ja doch nichts. Ich bin gerade hier und ich möchte hier hin zurück. Okay. Das müsste eigentlich hier durchgehen. Und einfach durch den Emergency Exit. So. So. Da bin ich wieder. Quicksave hat gerade das Spiel geschrottet. Aber ja. Wir gehen hier raus. Nehmen wir einfach hier raus. Und wenn ich mir so die Statistiken ansehe. Okay, wir sind jetzt mittlerweile über die Hälfte des Secrets. Aber alle werden wir nicht finden. Aber alle werden wir nicht finden. Ich habe dazu einfach keinen Nerv. Geier. 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 Also da runter, da hoch. Okay. Ah, das heißt. Sie hat Hunger. Ich glaube aber nicht, dass das der Schlüssel für dieses Force Field ist. Das ist tatsächlich der Schlüssel für dieses Force Field. One Wand of Elements. Energie, Vitalität, alles mögliche. Ähm. Okay, was braucht der? Air and Ice Magic. Jeweils 40. Das bist nicht mal du, weil bei dir Ice Magic fehlt. Aber wir haben einen neuen Gegenstand. Jo. Jacob. Ja. 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 und hier können wir ausrumpeln das hier kann ich zum beispiel weg das nicht das kann weg die nachricht von tiere kann weg das kann man da bleiben das ding kann weg dänker sind okay die lanterne die bringt nicht so viel poison der gehalt ja knochen die bords darf die fans sie trägt die bessere ok kann die weg hast du nicht aber nicht hier ach so das war die geschichte power ad equipment can't use ok can't use das behalten wir mal der kommt mal da hin was warst du eigentlich für einen noch wir haben zwei jetzt von der sorte ach ne das war der argschock und das ist der andere wound und das da kann da rein die rüstung die uns nichts mehr bringt kann hier zu dem schrotthaufen du hast nichts was wir nicht mehr bräuchten was wir jedoch nicht haben sehe ich gerade das medizin ja und da ich davon nicht so viel habe 1 davon 2 davon 3 davon so und dann machen wir einfach ich habe nicht mehr so viel maler kraut hat jemand noch eine leere flasche übrig ich ne ähm cure poison so gut da hell was ist das das sehe ich auch gerade zum ersten mal sehr Help!